Der Wechsel eines Grundschülers auf das Gymnasium ist eine aufregende, aber auch herausfordernde Zeit, da sich der Schüler in einer neuen Umgebung zurechtfinden muss. Die Anwesenheit eines vertrauten Freundes kann dem Schüler ein Gefühl der Sicherheit und Unterstützung bieten. Aber geht das Freund in derselben Klasse? Medine fragt nach. Vielen Dank. Neben mir sitzt Herr Elgen. Hallo Herr Elgen. Hallo Medine, grüße dich. Diese Frage ist von Sammy. Er ist noch in der Grundschule und in der vierten Klasse. Er ist neun Jahre alt. Er fragt sich, ist es möglich, dass er mit seinem besten Freund in die gleiche Klasse kommt? Ja, das ist sehr gut möglich, denn bei der Anmeldung fragen wir genau das ab. Wir fragen ab, ob es jemanden gibt, mit dem man gerne in eine Klasse möchte. Bis zu zwei Namen kann man da aufschreiben und wir versuchen das auch, dass, wenn da zwei Namen stehen, beide Namen möglich sind. Allerdings klappt das nicht immer. Ich sag mal, so in neun von zehn Fällen kriegen wir das hin, dass beide dann in eine Klasse kommen. Ansonsten aber mindestens einer. Das kann ich versprechen. Und wenn man möchte, dass man mit einem ganz Speziellen in eine Klasse kommt, dann schreibt man vielleicht nur diesen einen Namen auf. Schön, da wird sich der Sammy freuen. Vielen Dank. Bitte sehr, sehr gern. Tschüss. 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 Vielen Dank.